So, 3, 2, 1, willkommen zurück zu Achtung, Cthulhu Tactics, Folge 3 auf meinem Kanal und heute wollte ich mir hier diese Bonus-Mission mal antun. Unsere Leute, Xing, Dubois, Carter und Terris sind wohl alle dabei, ich weiß es noch nicht. Wir sollen den örtlichen Leutnant ausschalten, der Nachtwölfe, und besiegen sie den Trupp des Leutnants, der Nachtwölfe. Dafür bekommen wir Wohlverbandskasten und ein Zielfernrohr, mittleres. So, auswählen. Oh, jetzt geht's weiter. Das Dossier eines Charakters, Ausrüstungsmenü, öffnen. Ja, das hatten wir eigentlich in der letzten Folge gemacht, um die auszurüsten. Muss ich die irgendwie aktivieren? Okay, ich glaube, ich nehme sie einfach alle mit. Gruppe ausrüsten. Dann müssen wir hier und starten. So far, ihr habt nur einen hohen Level-Nachtwölfe-Truppern gefunden, aber es gibt meistens einen Kommandant, der in der Nachhinein, die ihre Stringen erzeugt. Schau, ob ihr diesen Nachtwölfe-Lieutnant findet und einen Weedent in ihrer Kette von Kommandant. Okay, bis jetzt nur Fußsoldaten und jetzt legen wir uns mal mit einem Leutnant der Nazis an. Mal schauen. Kann ich irgendwo kurz gucken, wie groß die Karte ist? Okay, die ist doch schon größer als gedacht. Laufen wir erstmal hier ein bisschen. Raum, bis wir jemanden entdecken. Oh, da hinten ist, da hinten ist schon jemand. Feind am Zug, okay. Wow, hier ist noch einer. Verdammt, 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 verdammt. Noch mehr? Äh, hallo? Macht mal langsam hier. Scheiße. Wenn ich bis hierhin laufe... Oh, 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 oh. Acht, verdammt. Sechs. Und du brauchst aber acht zum Schießen. Acht, acht, verdammt, verdammt, verdammt. Zwei. Okay, du gehst mal hierhin. Ich haust nach da. Und wir schauen mal, ob du Waffe aufstützen soll bedeuten. Verringert Abwicklung und verbessert die Präzision beim Schießen. Okay, wenn ich fünf Prozent, oh Gott, oh Gott. Wir probieren es erst mal. Ach, hier hinten war auch noch einer. Machen wir es erst mal so. Wen haben wir denn noch? Wer hat eine Fernkampfwaffe? Gehst mal schick auch mit hierhin. Ich haust nach da. Kannst du natürlich auch nicht schießen. Corporal Zing. Passt doch ab, vorher. Zehn Prozent. Du gehst hier rüber. Und schaust da schön hin. Alle auf einen Haufen. Das wird so was von schief gehen. Energieverlust? Nein. 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 Ja. Gut. Wo gehst du mal hier rüber? Probierst das mal so. Leutnant der Nachtwölfer. Okay, das ist schon der Leutnant. Oha. Gut. Kollege, dann würde ich sagen, du gehst mal in Overwatch. Äh, in Wappnen. Wir hätten noch einen Punkt. Sekundärwaffe abfeuern. Machen wir überhaupt bei dir nicht. Wie sieht es hier aus? 50 Prozent. Auf den Leutnant. Wow. Volltreffer. Oh, K.O. Wollt ihr mich verarschen? Ich denke, der Leutnant ist schwierig. Sekundärwaffe abfeuern. 5 Prozent. Nein. 5 Prozent. 5 Prozent. Ach komm. Na, probieren wir es. Schade daneben. So, du hast aber jetzt... Äh, wobei... Du bist eigentlich... Du stehst gut. Du hast Overwatch an. Sekundärwaffe abfeuern. 15 Prozent. Schade. Okay, wie sieht es bei dir aus? Du hast... Wir könnten noch näher ran, aber darum laufen die mich. Ich mach mal Zug beenden. So. Jetzt sind wir mal gespannt. Okay, Overwatch-Modus leider daneben. Die schießen aber auch daneben. Okay, jetzt sehen wir einen. Schön. Auch daneben. Was sind wir? Au. Er ist aber in Overwatch gegangen. Oh. Oi, oi, oi. Vorsicht. So. Kollege. Waffe abfeuern. 40 Prozent. Moment, wir hatten doch jemanden mit Granate gehabt. Durchschlagen. Wer hatte die Granate? Was tut das? Nillbombe werfen. Zum Ziel werfen. Warfe anheben. Vielleicht nachladen. Zauberlicht. Zauberlicht. Zauberlicht anmachen. Wow. Wow, wow, wow. Okay. Jetzt kannst du das schön schießen. Auf wen? Auf wen? Er ist gekommen. Okay, der ist weg. Waffe abfeuern. 55. Wie viel Schaden machst du? Hop, 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 hop. M. 15, 15. Jawohl. So, Mädel, du. Schwere Angriff. 4. Wir laufen mit dir da hin. Und versuchen mal... ...den Nahkampfangriff, der nicht geht. Necki-Verlust. Necki-Verlust. Puh, schade. Waffe abfeuern. 30%. Wir versuchen es mal. Okay, geht. Schön. Sekundärwaffe. Okay, du hast immer noch 6. Da kannst du nochmal die Waffe abfeuern. Schade. So, Mädel. Du bekommst Sekundärwaffe abfeuern. Mist. Du warst ja gar nicht gemeint, Kollege. 65% jetzt sauer. Ach Gott. Dahinten. Anheben. Wir müssen mal in diese Richtung hier hinterschauen. Kollege kommst du bis hier vor? Okay du gehst mal bis da rüber. Ich komm jetzt hier hinten nicht noch welche. Du hast nichts zum schießen. 5% das ist ein Witz. 20% komm wir probieren es. Daneben schade. Nachladen. Puh. Kannst du noch laufen? Anheben. Jetzt kannst du wohl laufen. Hinter dem Baumstamm. So sie kann aber echt auch nichts mehr machen. Verdammt. Zu verenden. So du kleiner Nazi. Wen schießt du? Zauber. Zauber. Abgelaufen. Okay. Er geht einfach nur in Overwatch Modus. Waffe aufstützen. Wenn ich jetzt einfach schieße. Nein. So. Ey das ging dann neben. Schießen wir mal. Du bist dran. 12. Sturmangriff. Krass. Klingt doch interessant. Wow. Okay. Kampf beendet. Waren das schon alle? Nein. Alle mal sammeln hier. Laufen wir mal zu dem Leutnant hin. Wenn das wirklich der Leutnant war. So. Wo geht's weiter? Wo sind die nächsten Schergen? Feinde am... Da hinten. Okay. Hm. Ich seh nichts. Kampf. Toll. Toll. Verdammt. Drehen. Sehen wir jetzt zufällig was. Ha. Scheiße. 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 Da hinten. Okay. Jetzt seh ich sie. Oh Gott. Ah. Das sind schon ein paar mehr. Carter. Du hattest das Maschinengewehr. 5% kann ich vergessen. 8. 6. 8. Maschinengewehr aufbauen. Wobei. Granate werfen kostet 6. Würde ich die 3 treffen. Probieren wir mal. Der hat jetzt noch 6. Dann lassen wir ihn mal bis dahin laufen. Ah da 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 da. 12. So Mädel. Was machen wir mit dir? Durchschlagen. Was ist das? Gegen alle Feinde auf einer Linie. Ich probiere nur das mal. Oh. Okay. Einen zumindest getroffen. Na Mädel. Du bist jetzt dran. Und mit dir. Ah. Shit. Shit. Du stehst irgendwie ohne Deckung da. Was hast du denn so vor Kräfte? Abfeuern. 10%. 10. 10. 10. 10. 10. 10. Probieren wir den ersten. Daneben. Dachte ich mir fast. Sekundärwaffe abbefeuern. 25. 5. 5. 5. 5. 25. Pam. Daneben. Mist. Okay. Dann beende ich hier erstmal die Folge von Achtung. Cthulhu Tactics. Tschüss. Und Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bye Bye. Untertitelung des ZDF, 2020